Oh Tinko, Tinko, mein Tinko, dem geht's nicht gut, dem Tinko. Der hat sich Assis in die Wohnung gelassen, der hat sich so richtig schöne, so ein Koronni hat der sich reingeladen in die Wohnung. Und deswegen geht's ihm jetzt gar nicht gut, also lass ihn lieber mal liebe Grüße da und gute Besserung. Auch von mir, Tinko, keine Assis in die Wohnung holen. Wenn du die Assis in die Wohnung holst, dann nur Leute, die gut gelaunt sind. Gute Besserung, Herr Rotes hat auch keine Zeit, deswegen gibt's halt einfach keinen Brennpunkt nächste Woche wieder. Und gute Besserung, Tinko, guckt doch mal bei dem Instagram-Verband, sagt gute Besserung. Trickshot! Äh, das war ja hervorragend. Das war ja überragend, Alter! Also Tinko, gute Besserung und euch anderen bis nächste Woche, Brennpunkt. Na?